So, willkommen zurück zu Let's Play Worms. Es geht direkt weiter. Geht, Polkipi. Okay, Mister. Mit, äh, ja, diesem Part. Und ich hab keinen Plan, wie das Ding nicht funktionieren soll. Ja, ja, ja. Fiktor einer Verkürzung. Erst, Fiktor. Geht, Polkipi. Fiktor einer Verkürzung. Okay. See you later, fellas. Go ahead, Polkipi. Fiktor einer Verkürzung. We will go. Hä? Wie zu Hölle. Soll das funktionieren? Äh. Komm ich da jetzt überhaupt wieder raus? Okay, Mister. Jo, komm ich. Das ist jetzt halt eben die Frage. What the fuck? Fuckin. Alter, was? Wie soll das gehen? Hä? Go ahead, Polkipi. Also es geht bestimmt so, wie ich das gerade denke, aber... Holy shit. Ja, ja. Geht. Fiktor einer Verkürzung. Geht, Polkipi. Go ahead, Polkipi. Der flyk, we will go. Hm. Sehr uncoole Geschichte könnte man sagen. Das ist eine coincidence. Aber, ja. Mal gucken. Irgendwie wird der machbar sein. Geh' an, Bonify. Okay, Mister. Am I done flying, we will go. Mh, Mh, Mh. Nein, nein, ich hatte's doch... Fuck it. Okay. Schwere Mission muss ich echt sagen, also... Respekt. Schwere Mission muss ich echt sagen, also... Respekt. Das ist schwer, aber wir kriegen das schon noch. Fick' dem eine Circumstanz! Go ahead, Wokiefein! See you later, fellas! Go ahead, Wokiefein! Fick' dem eine Circumstanz! Go ahead, Wokiefein! See you later, fellas! Probieren wir das Ganze noch einmal. Go ahead, Wokiefein! The flying wheel! Oh! Oh! Now I'm really cheesed! Go ahead, Wokiefein! Okay, Mister! Go ahead, Wokiefein! Oh, was eine dumme, 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 dumme... Go ahead, Wokiefein! Go ahead, Wokiefein! Go ahead, Wokiefein! The flying wheel! Go ahead, Wokiefein! Go ahead, Wokiefein! The flying wheel! We will go! Go ahead, Wokiefein! He! 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 Things can only fly and we will go! Ja. Das ist eine Coincidence. Wir haben amagetan bekommen. Na dann. Barte, ich habe einen Barsch, ein Barsch! Ich habe einen Barsch, ich habe einen Barsch! Es ist ein Barsch! Wir sind guter, solche Leute. wir haben die kampagne durch das hier neben sind noch community dinge die ich nicht spielen kann weil ich die nicht besitze und ich würde fast sagen dass wir jetzt noch einmal ich weiß gar nicht das kriegsgebiet gucken wir uns das krieg speed in der nächsten folge noch mal nur den body count und dann war es auch schon von diesem let's play deswegen sage ich jetzt in einem relativ kurzen part bis zum nächsten mal wenn es heißt womps zum letzten mal dann wahrscheinlich und bis dahin ciao ciao